Herzlich Willkommen! Heute zeige ich einen Mathe-Trick, mit dessen Hilfe man ganz leicht zwei zweistellige Zahlen im Bereich von 11 bis 19 miteinander multiplizieren kann. Das erste Beispiel wäre 13 mal 15. So, zuerst müssen wir die erste Zahl mit der zweiten Ziffer der zweiten Zahl addieren. Dabei erhalten wir ganz leicht 18 und hängen eine 0 daran, also 180. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, wir multiplizieren die beiden letzten Ziffern der Zahlen, also 3 mal 5 sind 15. Und als letzten Schritt addieren wir beide Ergebnisse und erhalten in diesem Fall 195. Mit Hilfe dieser drei Schritte lassen sich alle Zahlen im Bereich von 11 bis 19 miteinander multiplizieren. Ein weiteres Beispiel. 16 mal 18. Erste Zahl, zweite Ziffer der zweiten Zahl. 16 plus 8. Wir erhalten 24. Hängen eine 0 dran. 240. Danach multiplizieren wir die beiden letzten Ziffern der Zahlen, also 6 mal 8. Wir erhalten 48. Addieren beide Zahlen und wären bei 288. So, noch ein letztes Beispiel. 19 mal 12. Wir rechnen 19 plus 2. Erhalten 21. 0 anhängen. Danach beide letzten Ziffern multiplizieren. 9 mal 2. Wir erhalten 18. Addieren die beiden Zahlen und haben 228.